Im Notfall retten wir Menschenleben und keine Taschen. Das war für mich der Spruch meiner 29. Kalenderwoche, getätigt von einem Purser der Lufthansa. Und ich meine, das hat ganz viel Wahres in sich, wenn man sieht, wie diese Taschen auch verstaut werden im Flugzeug. Liebe Community, diese Woche hatte für mich drei wesentliche Highlights. Das eine war natürlich die Bertelsmann-Studie. Der Hinweis, mehrere hundert Krankenhäuser in Deutschland sollen geschlossen werden, haben David Matusiewicz und mich in unserem DigiHealth Talk auf dem YouTube-Kanal dazu veranlasst, einiges dazu zu sagen. Also wer das nicht gehört hat, vielleicht ist das eine oder andere für euch interessant. Dann ein ganz interessantes Gespräch mit Professor Fred Wagner von der Universität Leipzig zum Thema Big Data in der Medizin. Das wird in Kürze auf dem neuen Sender Goslar TV erscheinen. Und letztendlich für mich, das ist dann mein echtes Highlight gewesen, unsere Lenkungsgruppe, unser Lenkungsausschuss Smart Hospital, wo die einzelnen Projektgruppen zum Thema Digitalisierung ihre Fortschritte vorstellen. Und das finde ich einfach total inspirierend. Für all diejenigen von euch, die krank sind, rasche und gute Besserung. Ansonsten einen guten Start in die neue Woche. Und bitte nicht vergessen, Hashtag keine Lust auf schlechte Laune.